Was geht ab Leute, Zane ist wieder da und zwar ist der erste kleine Leak zu One Piece Kapitel 909 erschienen. Der gute Yonko Productions hat das Cover der nächsten Show und Jump Ausgabe geleakt und auf dem Magazin gibt es eine Ankündigung zu One Piece die lautet In dieser Ausgabe geht's nach Wano. Hoffen wir mal, dass dies kein Trick seitens Oder ist wie die Editor Kommentare die jede Woche von Wano reden. Das ganze könnte bedeuten, dass Oder uns die Reverie gar nicht mehr zeigt. Und wir alle Erlebnisse dort vielleicht nur noch hören oder durch die Zeitung davon erfahren. Schade, eigentlich fand ich den Reverie Arc bisher ganz spannend. Aber natürlich freue ich mich auch wenn es nun endlich nach Wano geht. Was haltet ihr von dieser Ankündigung? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben oder ein Abonnement da. Wird mich auf jeden Fall freuen. Und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten One Piece Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao!